Hey, ich bin Fenja. Ich lebe alleine in einem kleinen Häuschen mitten in der Natur. Mich faszinieren die kleinen Dinge des Lebens. Die Stille im Wald, der Tau im Morgengrauen, die Glücksgefühle beim Hören meines Lieblingsliedes. Ich liebe auch die großen Fragen des Lebens. In welcher Verbindung stehen alle Elemente dieser Erde? Wie kann ich klarer verstehen, was meine Bestimmung ist? Und welche inneren Eingebungen haben eine tiefere Bedeutung? Was immer ich mache, denke oder fühle. Ich nehme dich mit auf diese Reise zu mir selbst. Und vielleicht findest auch du dich darin wieder. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mir auf meiner Reise zu folgen, dann abonniere jetzt meinen Kanal.